Grüß Gott, meine Lieben. Es ist wieder so weit. Saturday Night Favour. Und ich sage euch was, der Samstag wird so was von geil. Ich gönne mir heute unseren neuen Rum, den wir jetzt im Sortiment haben, den Bumbu. Den teste ich jetzt und den teste ich mit dem Fenty Men's Tropical Soda. Und ich werde euch gleich sagen, wie das schmeckt. Die Flasche schaut schon mal sehr geil aus. Schaut aus wie so eine alte Apothekerflasche mit Knochen vorn drauf. Erinnert das an die Piraten? So was von geil. Absolute delicious. Ich sage euch was, ich rieche direkt das salzige Meer und fühle mich wie in der Karibik. So was von geil. Also das ist der beste Rum, den ich je probiert habe. Und ich muss euch anzeigen, mit den Piraten Knochen, mit den Knochen vorn drauf. Also hätte es den im 16. Jahrhundert schon gegeben. Captain Jack hätte nichts anderes getrunken. Da bin ich mir sicher. Und jetzt probiere ich das Fenty Men's Tropical Soda. So was von geil. Das ist ein richtiger Karibik Drink. Und jetzt, jetzt kommt das Beste. Jetzt mische ich den Bumbu. Natürlich wieder 50% Mischung, damit es auch gut schmeckt. Mit dem Fenty Men's Tropical. Auf das bin ich jetzt gespannt. Also so was von geil. Absolute delicious, meine Lieben. Probiert es aus. Bestellt sich den Bumbu, das Tropical Soda dazu. Und ihr werdet sehen, schmeckt absolut delicious. Ich genieße heute Saturday Night Fever zu Hause mit meinem Bumbu und Tropical Soda. Der Samstag wird richtig geil. Prost, meine Lieben. Lasst euch's gut gehen. Gesund bleiben.